Hey du, warte einen kurzen Moment und schau dir deine Kleidung, die du gerade trägst, an. Weißt du, wer sie gemacht hat? Was diese Person bezahlt bekommen hat? Weißt du, wie viel Liter Wasser dieses T-Shirt verbraucht hat? Wie viele Chemikalien einfach in die Umwelt geflossen sind, die Mensch und Tiere krank gemacht haben? Wusstest du, dass ein T-Shirt in der Herstellung ca. 2500 Liter Wasser verbraucht? Die Flüsse und Seen, die zur Bewässerung der Baumwollfelder benutzt werden, trocknen aus, was fatale Folgen für das Klima hat. Der Konsum steigt uns zu Kopf. Obwohl so viel da ist, wird immer mehr weggeschmissen und immer wieder neu produziert. Immer mehr und immer wieder. Die Frage, die wir uns stellen, muss es so laufen? Die Antwort lautet ganz klar, nein. Für unser Hunde ohne T-Shirt verwenden wir nur das, was sowieso schon da ist. Wir kaufen die Reststoffe der großen Kleiderindustrie, die in der Regel verbrannt werden, auf und verwenden sie für unsere Kleidung. Das bedeutet, wir verbrauchen so gut wie kein Wasser und keine Chemikalien. Gleichzeitig hilfst du mit einem fairen Lohn und guten Arbeitsbedingungen, Menschen ein besseres Leben zu ermöglichen. Das Beste an der ganzen Sache ist, jedes T-Shirt hilft nicht nur Mensch und Umwelt, sondern füttert gleichzeitig noch Straßenhunde in Not sieben Tage lang. Wir wollen mit deiner Hilfe der Fast Fashion Industrie den Kampf ansagen und fordern die großen Unternehmen auf, endlich nachhaltig zu wirtschaften und die Ausbeutung unseres Planeten endlich zu stoppen. Mach mit und werde Teil der Bewegung. Am Ende sind wir es gemeinsam, die den Unterschied ausmachen. Dein Konsum entscheidet. Dein Konsum entscheidet. Dein Konsum entscheidet. Dein Konsum necessität. Dein Konsum可以 auf dem Konsum. Dein Konsum kann man sich nicht auf die Bohlendung aus der Bohlendung aus. Dein Konsum entscheidet. Dein Konsum. Dein Konsum.